Wenn in stiller Stunde träumen ich um ihn, bringen frohe Kunde Geister ungesinnt. Weder von dem Lande meiner Heimat blieb, wenn es mir entspannte Düstern bald verliert. Mensch, eng ist ja überhaupt kein Ausdruck. Hättest du ja nicht mitzufahren brauchen. Ich wär auch lieber zuhause geblieben. Hör doch endlich auf damit. Das meinst du doch auch nicht im Ernst. Was denkst du, was die Pöniche sagen würden? Pönichen ohne die Quinten. Das gab es nicht und wird es auch nie geben. Ich hab kein Papier. Na sag mal, ist das denn die Möglichkeit? Die kleine Quint von Pönichen. Der Junior von Perlchen. Junior, das ist doch vorbei. Ich hab doch jetzt selbst einen. Der leitet schon eine von meinen Zweigstellen. Was denn für eine Zweigstelle? Naja, wir haben eine Ladenkette, Tabakwaren. War ja nicht leicht, aber jetzt läuft das. Angefangen hab ich mit dem Bauchladen. In Frankfurt. Mit nichts. Nur, was ich auf dem Leib hatte. Aber ein oller Pommer, der geht ja nicht unter. Sind das Ihre? Ja. Na ja. Na ja, Kinderreichtum ist auch was. Wir haben uns auf einen Sohn beschränkt. Dafür haben Sie ja eine Ladenkette. Ja. Ja. Sagt ich ja schon. Meine Frau ist für ein paar Tage nach Sylt gefahren. Ja, und übers Wochenende will ich ja auch hin. Und ich hab mir gedacht, ich fahr bei der Gelegenheit mal nach Kassel vorbei. Vielleicht seh ich den einen oder den anderen. Und die eine, die hab ich ja nun schon gesehen. Ja. Eigentlich hab ich ja gar keine Zeit mehr. Ich muss vor Einbruch der Dunkelheit auf Sylt sein. Ja. Stimmt es eigentlich, dass Ihr Großvater sich erschossen hat? Ja. Vermutlich das Beste, was er tun konnte. Im Westen hätte das ja doch zu nichts mehr gebracht. Vielleicht hätten wir alle bleiben sollen. Tausende kann man vertreiben, aber Millionen? Trauern Sie etwa immer noch der Heimat noch? Ja. Sie machen es Ihren Kindern aber sehr schwer. Ja. Vielleicht zieht man sich mal wieder. Also. Diesseits oder jenseits von Oder und Naisen? Ja. Wiedersehen. Bela. Baxi. Bela. Bala. Baxi. Bela. Bela. Seit der Internatszeit hat Maximiliane ihre Schulfreundin Bella nicht mehr gesehen. Und geschrieben haben sie sich auch nur selten. Aber am Telefon hat Bella ohne zu zögern gesagt, wir legen uns ein wenig enger, dann könnt ihr alle bei uns wohnen. Oh, Herr Max, mein Liebeskind! Ach, du bist so schön. Ja, das sind wir nur alle. Kommt rein. Also, das ist Viktoria, Mirka, Etta, Joachim und das Mädchen Friebe. Moin. Moin. Komm rein. Da ist sie ja. Mein Liebeskind! Mensch, denkst du noch an unsere Sonnenwindfeiern auf der Inselspitze? Schön. Schau mal, was Sabine von Bechtold da für ein dummes Gesicht macht. Die hatte doch damals unheimlichen Liebeskummer. Mama, wo ist denn mein Waschzeug? Was Waschzeug? Ach, das Waschzeug ist in der blauen Tasche. Kommt ihr denn zurecht? Ja, ja, prima. Oh, darf ich? Ja, ja, gerne. Guck mal hier. Lena von Rebeck auf Rebeck im Hafenland. Ein Birnbaum auf ihrem Grabe statt. Was ihr nicht daran geändert hat, zu petzen? Ja. Wegen unserer Tugend, um die sie so besorgt war. Sie war doch bloß neidisch, die Durzige. Erinnerst du dich an unsere Ausflüge nach Berlin, zu Kempinski, immer wenn dein Großvater zu grünen Wochen nach Berlin kam? Sag mal, habt ihr damals eigentlich immer nur gelacht? Ja, ich glaube, wir haben fast immer gelacht. Richtig ist die Zeit, dass ich mich ums Essen kümmere. Warte, ich... So, willst du mal gucken? Ja. Hast du eigentlich mal wieder was von Hermanns Werder gehört? Wie es da wohl aussieht. Komm, lass doch. Potsdam, der Bummel. Übrigens, das Glockenspiel von der Garnisonskirche soll ja jetzt in Kempinski wörtlich werden. Immer Treu und Redlichkeit, bis an dein kühnes Rauch. Wir üben schon ziemlich lange, nicht wahr, die preußischen Tugenden? Auf Notzeiten waren wir gut vorbereitet. Danke. Eigentlich habe ich dich immer ein bisschen beneidet. Du hast dich entfalten können, ich war dauernd eingeengt. Du hast irgendwas Großzügiges an dir. Oder auch Nachlässiges. Und es kommt aufs selbe Haus. Ich war immer so ordentlich. Alles ist hier so ordentlich. Er, da kommt ihr am nächsten. Meinst du? Oh, Gott, Gott, Gott. Das war ja alles voll Bombenzimmer. Schichter, in denen das Wasser stand. Ihr habt Stöckchen drin schwimmen lassen. Ach, hier war das. Hier in Kassel hat sich Golo auch das Bein gebrochen. Das war doch am Bahnhof, ne? Hört doch endlich mit den alten Geschichten auf. Golo ist für mich keine alte Geschichte, Ebbe. So viel Pommern auf einmal, das ist ja kaum zu ertragen. Warte nur, wenn wir jetzt im Stadion sind. Über 80.000 sollen da sein. Es wird langsam Zeit. Kommt. Wie müssen wir denn dahin? Können wir denn nicht hier auf dich warten? Du brauchst ja nicht mitzukommen. Ich hab auch keine Lust. Wir gehen alle. Schließlich sind wir deswegen nach Kassel gefahren. Spiel dich bloß nicht so auf, Mosche. Außerdem bin ich überhaupt keine Pommerin. Hey, da. Guck mal da. Pommern riecht. Meine lieben Landshäute. Wenn wir heute das 10-jährige Bestehen unserer pommerischen Landsmannschaft feiern, dann will ich Ihnen, meine Landshäute, nicht die Bilder der Vertreibung wieder vor Augen führen. Guten Abend allerseits. Ich will Sie nicht erinnern an die Stelle, Keller und Baracken, in denen Sie lebten, heute zum Teil noch leben. Sie sind also die sagenhafte Maximilian. Ja, Isabella hat sie mir treffend geschildert. Genau so habe ich sie mir vorgestellt. Erkennen Sie, was seitdem geändert hat. Ich darf doch Joachim sagen. Klar, genau. Guten Abend. 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 In den Auekrug, da treffen sich die Pönen. Der alte Herr Baron von Quint war nie ins Wirtshaus gekommen. Ich muss das schließlich wissen. Der Herr Baron hatte das auch nicht nötig. Der hatte schon, was er brauchte. Sollte der in deiner Wirtschaft. So schön war die auch nicht, oder? Da war dein Mann aber ganz anderer Meinung. Den habe ich oft genug von meiner Theke zu dir nach Hause schleifen müssen. Frau Baron, Sie gestatten doch, Frau Baron. Ich bin die Wirtin. Ich möchte Sie zu einem Schnipschen einladen. Gebt doch das bitte mal weiter, ja. Der ist früher in Starrgarten gebrannt worden. Und ich bin aus Ramburg. Schön. Ja. Also, dann wollen wir mal. Ich sage weiter nichts als Prost. Und dass ich mich freue, dass Sie gerade hier Ihr Wiedersehen feiern. Prost. Prost. Ja, Prost. Prost. Darauf trinken wir jetzt einen Plan. Der geht auf meine Rechnung aber zwei Etage hin. Wie der alte Herr Baron sagte. Sagen Sie mal. Sind Sie nicht der Bruno? Ich meine, der Herr Slevenka, nicht? Sagen Sie ruhig Bruno, Frau Baron. Ich war der Pferdeknecht auf den Hut, als es zu Ende ging. Gerade 16 war ich. Das gab es sonst, könnte man an mir. Heute habe ich eine Tankstelle gepachtet. In Wiesbaden-Biebrich. Na ja, Autos sind zwar keine Pferde, aber in gewissem Sinne doch Ihre Nachfolger, nicht? Ach, Edda, komm. Sagen Sie mal, wie geht's eigentlich unserem Ortsgruppen, Edda? Großvater? Ja. Sitzt im Altersheim. Und er will nicht mehr verreisen. Der sagt immer, nur wenn Tau rückgegeit. Na ja. Schade, dass dein Vater das nicht mehr erleben konnte. Dass immer die Besten so früh dran glauben müssen. Solche Männer wie dein Vater fehlen uns heute. Der konnte sich noch für eine große Idee einsetzen. Bis alles in Schaben fällt. Ach, du hast ja keine Ahnung. Es war doch beileibe nicht alles schlecht damals. Natürlich hat dein Vater auch gesehen, dass manches nicht in Ordnung war. Ach, was versteht ihr schon davon? Ihr könnt euch ja heute für nichts mehr begeistern. Ich finde es nicht gut, dass wir hier so für uns sitzen. Wir sollten die Reihe ein bisschen auflockern, Kinder. Früher hast du dich auch nicht unter die Leute gemischt, oder? Ich? Ich habe doch immer mit den Kindern aus dem Dorf gespielt. Mit wem denn sonst? Mit Klaus Kluckers und Walter Beske und mit Lenchen. Die Kinder aus dem Dorf wurden dafür bezahlt, dass sie mit dir spielten. Du hast doch auch nie mit den Kindern aus dem Dorf gespielt, oder? Er hat ja seine Geschwister gehabt. Also, noch recht viel Spaß. Maximiliane hatte auf Pönichen gelebt und nicht in Pönichen. Das wohlige Eintauchen in der Menge, das Gefühl der Zugehörigkeit blieb mir versagt. Zum Abschluss der Kundgebung im Aue-Stadion hatte ein Musikzug das Deutschlandlied gespielt. Sie hatten alle mitgesungen, die dritte Strophe. Nur Maximiliane nicht. Sie muss an den 1. September 1939 denken. Sie erkennt Zusammenhänge, erlebt eine der großen Nachhilfestunden in der Schule des Lebens. Seit 525 wird nicht zurückgeschossen. Dann sei mal Gott mit uns. Aber ich fürchte und verdenken kann es sie nicht. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles, über alles in der Welt. Ich bin weg aus Marburg. Die Inbissstube ist oft, die dauert zu klein für drei. Tritt uns gegenseitig auf die Füße. Und Joachim kann auch nicht ewig in einem Fünf-Weiber-Haushalt leben. Das ist nicht gut für ihn. Nur wir hin und was tun. Ich habe nichts gelernt. So viel geleistet und so wenig gelernt. Haben Sie Abitur? Puddingabitur. Ich habe eine Idee. Sie scheinen mir prädestiniert für eine Anstellung im VdK. Was sind das? Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Friedelsdienststelle. Findest du das nicht gut, Isabella? Sie ist von Adel. Sie ist Kriegswitte. Ihr Vater ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Und sie stammt aus dem Deutschen Osten. Dann würdest du ja hier in Kassel bleiben. Mal sehen, was ich machen kann. Tja, unser lieber Fredel, der hat Sie mir ja nun wärmstens ans Herz gelegt, liebe gnädige Frau. Hoffentlich haben Sie noch nicht die Vorstellung, dass man bei uns Heldengräber mit Heidekraut bepflanzt. Nein, tatsächlich, ich bin wirklich aufrichtig der Meinung, dass Umgang mit Toten für eine Frau wie Sie eine erfüllende und beglückende Aufgabe sein könnte. Siehen Sie, Sie sind Kriegsweise und Sie sind Kriegswitwe. Ihre Motivation könnte nicht besser sein. Das hat Herr von Fredel auch schon gemeint. Unser guter Fredel. Also, unsere Tätigkeit besteht darin, die gefallenen beider Kriege, 14, 18 und 39, 45, auf größeren Sammelfriedhöfen zusammenzufassen. Zuweilen muss auch noch identifiziert werden. Das ist oft mit mühevoller Kleinarbeit verbunden. Aber die Mühe lohnt. Geht's doch darum, allen Toten ein dauerndes Ruhe-Recht zu verschaffen. Sie haben das verdient. Das schauen Sie mich so an. Das mit der Ruhe, das finde ich gut, ja. Oh, Herr, gib jedem seinen eigenen Tod. Kennen Sie das? Rainer Maria Rilke. Hey, ihr seid mal verrückt geworden. Man wollte eigentlich fertig werden. Ich mach doch nicht alles alleine. Oh, hab die Blut nicht so. So kommt nie Ordnung in die Wohnung. Die Musik bei der Arbeit kann doch nicht schaden. Mach doch endlich das Fernsehen wenig. Oh, meine Füße. Ah, ihr seid ja schon richtig vorangekommen. Was hat sie denn? Sie sind daran komisch. Sie hat uns gerade abgepflanzt und wir täten überhaupt nichts. Und jetzt kommst du und meinst, wie weit wir schon sind. Ich hab auf der Sparkasse ein Konto eingerichtet. Für wen? Für uns alle. Ich hab mich mit dem Filialleiter unterhalten. Bei denen ist eine Lehrstelle frei. Ich hab gleich an dich gedacht. Sparkassen-Lehrling? Mama, weißt du, wie alt ich bin? Ich wär viel lieber in Marburg geblieben. Aber unseren Anteil an der Imbissstube musstest du ja für ein Apfel- und ein Eierlänchen-Pubel verschaben. Dafür immer die Imbissstube wäre nicht fein genug. Wir gehst nur hin. Oder will ich kennenlernen. Und du dir was davon versprichst? Sparkassen-Lehrling. Liebe Frau von Quint. Wir werden Sie vorerst an der Zentralkräberkartei für Frankreich einsetzen. Eigentlich ist das mehr ein Posten als eine Position. Aber zum Einarbeiten ganz geheim. Frau Wolf. Hier haben wir so eine neue Mitarbeiterin. Frau von Quint. Frau Wolf. Das ist Herr Pasewald. Guten Tag, Herr Pasewald. Frau von Quint. Wissen Sie, ich bin nicht ehrgeizig. Ein Posten genügt mir. Danke. Ja, das ist zwar sehr sympathisch, aber sagen Sie es nicht so laut. Das könnte der Arbeit schaden. Das ist Frau Petersen. Guten Tag, Frau Petersen. Frau von Quint. Guten Tag. Frau Henning. Guten Tag, Frau Henning. Frau von Quint. Frau Gräbert. Guten Tag, Frau Henning. Frau von Quint. Sie sind auf eine Entwaffnete Achtungweise aufrichtig, liebe Frau von Quint. Ich weiß nicht, was Sie sagen sollen. Das ist wie früher zu Hause. Wie im Kuhstall. Wenn das bedeutet, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Ja, nicht unwohl jedenfalls. Bitte. Dankeschön. Also, das ist vorläufig Ihr neuer Arbeitsplatz. Das ist Frau Hoffmann. Frau Katz-Wolf. Die macht den besten Kaffee im Haus. Ja, Herr von Friedeln. Die Akten sind fertig. Ich bringe sie Ihnen rüber. Ja, es ist wichtig, die Toten genau zu identifizieren. Können ja sonst bei den Umweltungsaktionen verwechselt werden. Oh, Herr, gib jedem sein eigenes Grab. Bitte. Hoffmann. Ja, Frau Herrmann. Nein, das erledige ich sofort. Ja, ich rufe Sie zurück. Okay. Halbe EM, was ist denn das? Eine halbe Erkennungsmarke. Und Li-Obschenk-Schlechtverheber heißt dann also linker Oberschenkel-Schlechtverhalterbruch. Und das bedeutet also ohne Kleider und Gaumenplatte mit Backenzahnprothese Oberkiefer links. Und 1,76 war er groß und die Wirbelsäule wies eine leichte Verkrümmung auf. Der Jüngste war er auch nicht mehr. Seine Zähne waren etwas abgenutzt, wie bei einem Pferd. Man gewöhnt sich daran. Maximiliane werden Ordnungsarbeiten übertragen und sie schafft Unordnung. Sie hat Arbeit nie als Tugend angesehen, sondern als eine Notwendigkeit. Sie wird in die Umbettungskartei versetzt, wo sie lediglich mit der Schreibmaschine die handgeschriebenen Protokolle über die Ausbettungsbefunde ins Übertragen hat. Wird schon werden. Stellen Sie sich vor, was ich gefunden habe. Frau von Quint, schauen Sie doch bitte mal. Das müsste doch ein Verwandter von Ihnen sein. Quint, Joachim Freier von Oberleutnant. Das ist mein Vater. Der Friedhof liegt nicht weit von Verdun. Lauter Einziegräber. Hat sich denn von Ihrer Familie nie jemand um sein Grab gekümmert? Mein Großvater wollte ihn überführen lassen, aber da wir den Krieg verloren hatten, er hat ihn einen Stein auf unserem Hut. Vielleicht wird die Leiche Ihres Mannes auch noch gefunden. Geben Sie nur die Hoffnung nicht auf. Was haben Sie denn vor, Frau von Quint? Dankeschön. Das ist doch verständlich. Liebe Frau Quint, ich bin schon unterrichtet von einem Vogel, habe Bescheid gesagt. Sie sollten wir heute freimachen. Das ist doch nicht nötig. Keine Widerrede. Ich bringe Sie nach Hause. Joachim studiert in Göttingen Germanistik, Viktoria Psychologie und Soziologie. Mirka ist Eleven beim Ballett des Kasseler Staatstheaters. Und Edda, die Praktische, ist Bankkaufmann geworden. Sie arbeitet in einer Sparkassenfiliale. Sie arbeiten in einer Sparkassenfiliale. Maximilian und Debois haben eine wohltuende kleine Affäre, von der niemand etwas weiß. Sie dauert ihre Zeit. Begal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020